Neptune Puzzle-Abenteuer unter Wasser Neptune ist ein aufregendes Geschicklichkeitsspiel für die ganze Familie. Das Spielprinzip ist dabei so einfach wie genial. In einer wunderbaren Unterwasserwelt steuert der Spieler eine drehende Schießmuschel und versucht mit der farbigen Kugel-Munition eine immer länger werdende Perlenreihe taktisch zu verkürzen. Erst wenn mindestens drei Kugeln der gleichen Farbe zusammenkommen, kann die Muschel sie zum zerplatzen bringen. Schnelligkeit und großes Geschick sind hier gefragt. Denn nur wer alle Kugeln beseitigt hat, darf in den nächsten Level.